5,5 Zimmer, 140 m² und das verteilt auf zwei Etaschen. Was wir uns heute ansehen, hier in Hunzenschmiel, mitten in Aargau, ist ein kleiner Familientraum, der darauf wartet, einen neuen Besitzer zu finden. Mein Name ist Markus Wiemann und ich freue mich sehr, das Ganze mit euch anzuholen. Let's go! Und nach dieser grossartigen Anmoderation von meiner Seite her herzlich willkommen. 5,5 Zimmer auf zwei Etagen. Wir sind hier in der ersten Etage der zweistöckigen Wohnung. Hier haben wir direkt im Eingangsbereich eine Gästentoilette. Wir haben insgesamt drei Schlafräume, eine zusätzliche Nasszelle, abgetrennt von dem ganzen Wohnbereich und Essbereich. Plus wir haben hinterher eine Küche, die wunderschön wieder in Essbereich überführt. Das alles zusammen blenden wir euch jetzt direkt in. Langsam augmented,ART-ü'llkleinig. Das ganze Ein anderes Frontier wie es Han terimentos hat mit ihr Schlafräume-Menschern. Nach diesen wunderschönen Impressionen gehen wir noch eine Etage hoch. Let's go! Und im ersten Obergeschoss, meine Lieben, haben wir eine grossartige Galerie aufgeteilt. Links und rechts mit zusätzlichem Platz. Wir haben hier hinten ein zusätzliches geschlossenes Zimmer, ideal aus Homeoffice, Arbeitsplatz und in Mitte haben wir eine durchgezogenes Verglasung. Eine maximale Raumhöhe von 2,80 Meter. Also hier extrem viel Volumen. Und diese ganzen Sachen, die blenden wir noch ebenfalls ein. Unsere Immobilie ist sehr, sehr gut unterhalten worden. 2019 hat man in der ganzen Überbauung die komplette Heizungsanlage modernisiert. 2023 hatten wir eine sanfte Renovation in der Küche. Das bedeutet, alle Küchenfronte sind ausgewechselt worden. Und 2023 ist ebenfalls die komplette Wohnung gestrichen worden. Zu unserer Immobilie gehört ebenfalls ein zusätzlicher Hobbyraum und einen Garageplatz. Und auch das blenden wir nachher. Zusammengefasst, meine Lieben, wir haben eine wundervolle Maisonette-Wohnung. 5,5 Zimmer verteilt auf 140 Quadratmeter hier in Hunzenschwil. Diese Wohnung, diese Immobilie, eignet sich perfekt für Familien oder auch für Leute, die gerade in der Familienplanung sind. Sie bietet jede Menge Platz und jede Menge Möglichkeiten, um sich selbst zu entfalten. Mein Name ist Markus Weimann und es wäre mir eine sehr grosse Freude, die Immobilie hier persönlich zu präsentieren. Und in diesem Sinne, meine Lieben, nicht vergessen. Einiges Anker. Immo-Anker. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. طhard H Vielen Dank.